Hallo, mein Name ist Sabrina Nathalie Reitz, bin 20 Jahre alt und wohne derzeit in Paris. Vormittags bin ich volontär im deutsch-französischen Kindergarten und nachmittags als Au-pair in der Gastfamilie. Der Tag heute war wunderschön, es war schön, neue Erfahrungen zusammen, gerade mit dem Tauchen. Die Mädels sind auch total nett und das Team ist auch nett und alles gut organisiert. Und ich möchte Sie-Star werden, weil ich einfach das Abenteuer suche und auch gerade mit dem Auslandsjahr jetzt in Paris will ich auch durchziehen und werde es auch schaffen. Die Mädels sind auch sehr herrisch. Die Mädels, die Mädels sind auch gerne mit dem Anstrengelie. Die Mädels sind auch in der Geschichte, die Mädels sind auch schon sehr die Begriffe und wunderschön. Diese sind auch sehr herrisch, sehr, sehr schön. Auch hier ist ein Bedeutal, was Sie die Mädels sind in der Nähe Wurzowl. Untertitelung des ZDF, 2020